Als stets bleibender Priester Gottes muss Melchisedek der damals noch lange nicht inkarnierte Sohn Gottes gewesen sein. Denn die Priesterschaft Jesu, er ist laut Hebräer 2,17, 4,14 und 8,1 und 2 ein himmlischer Hohepriester des Gottvaters, also der Priester des Höchsten, kann allein nach seiner eigenen, sich selbst entsprechenden, gleichartigen, göttlichen Ordnung bestehen. Sie richtet sich unmöglich nach der Priesterschaft irgendeines erschaffenen Wesens, wie es zum Beispiel beim relativ unvollkommenen levitischen Priestertum der Fall ist. Weil Melchisedek gemäß Hebräer 7,3 und Psalm 110,4 ein bleibender Priester ist, dessen Priesterschaft äonisch währt, muss es sich bei ihm um Jesus handeln. Denn der Sohn übt seine Priesterschaft Gott gegenüber ununterbrochen aus, wie aus Hebräer 7,24 hervorgeht. Der Sohn Gottes löste den Priester Melchisedek nicht ab, denn sonst wäre dessen Dienst nicht bleibend und äonisch gewesen. Er hätte ein Ende gefunden, als ihn Jesus fortsetzte. Die Priesterordnungen Melchisedeks und Jesu sind also mehr als gleichartig. Sie sind kontinuierlich identisch. Dies führt zum zwingend logischen Schluss, dass der in ihr dienende Hohepriester ebenfalls ein und dasselbe Wesen sein muss. Jesus war Melchisedek.